hallo ich bin martin von meinem bank ist dass die dax analyse für nun donnerstag den 9 februar 2023 und unser dax braucht definitiv ein bisschen anschiebhilfe und die hat er aus den usa zum mittwoch absolut nicht bekommen also das war eine luftnummer die dort kam das hat uns eher behindert als befürchtet aber man muss sagen er hat zumindest zurück zu die 14 die 15400 verteidigten als die amerikaner so weggeschmiert hat und damit eigentlich ja noch eine gute figur bewahrt wenn wir uns daran erinnern was wir gestern gesagt hatten war der tenor ja schon wenn er also dass er noch mal einen kleinen rücklauf machen darf auch auf die 365 3 3 keine ahnung irgendwas jetzt kurz zurücksetzen sich dann wieder hochdrehen das wäre vollkommen okay er sollte eben bloß nicht unter die 300 zurück und alles über 400 wird ihm dann schon von der von der tendenz von der von der tendenz wieder zur 15 94 führen und dann eben auch 15 5 30 15 500 bis sogar 15 6 25 so gestern die erwartungshaltung für den mittwoch wenn wir jetzt schauen was er gemacht hat hat er zurückgesetzt hat seine 94 gespielt und ist halt einfach nur nicht aus dem potte gekommen ja wenn man die amerikaner aber auch dazu nimmt dann ist es auch nicht verwunderlich dass der jetzt nicht unbedingt so ein stimmungs hoch gelaufen ist aber er ist immer auch nicht schlecht gelaufen er ist nicht schwach gelaufen er hat auch das vortagesniveau vollkommen halten können ja also das ist eigentlich schon ein solides ergebnis was man hier mal auch mit anerkennung würdigen sollte und deswegen kann man schon sagen dass oberhalb von 4 90 unser dags am donnerstag definitiv schmackes oben raus entfalten kann er bricht dann aus dem oberen begrenzung seit letzte woche freitag raus die ganzen tage hat das nach unten nach oben nicht überwunden bekommen ja auch vorher nicht näher war bloß einen tag mal kurz rüber aber oberhalb von 94 würde ich wirklich jetzt zum donnerstag dann auch erwarten dass er richtig schieben kann richtig schieben kann auch wirklich 100 200 300 punkte kann er locker machen wenn der bock zu hat an dem donnerstag one way wenn er mal one way donnerstag machen will definitiv spielraum dafür da 55 als erstes dann 6 30 als nächstes und dann weiter zu 47 57 würde vollkommen reinpassen auf den schönen donnerstag schön durchziehen aber wir haben auf us-seite wirklich schreckliche kerzen drin also das ist ja richtig gruselig wie die sich da teilweise in umkehrformationen reingeschmissen haben sollte das unseren markt oder den generell den markt irritieren wie es ja hier auch schon so war dass man auch us-zahlen die relativ schlecht ausgefallen sind und dann hat den markt erst mal wieder zurückgezogen ist es für uns trotzdem so uns ist letztendlich egal was was der auslöser war ob es jetzt google war ob das ein anderes unternehmen war ob das irgendwelche fundamentaltaten waren ob das irgendwelche reports waren oder was auch immer uns geht es ja nur darum dass die ereignisse bewegung reinbringen dynamik reinbringen können die unsere pattern dann einfach mit umsatz untersetzen und wir die dann eben handeln können und ganz unabhängig davon wie wir jetzt auch und wie die zahlen von google oder co finden so würde ich auf der anderen seite skeptisch werden wenn uns der dax am donnerstag unterhalb von 15 365 abtaucht weil er dann nämlich bestimmt bis runter an die 2 70 wieder geführt wird 372 deswegen würde ich einfach zum donnerstag sagen unterhalb von 15 365 orientiere ich mich nach unten und über 14 15 490 orientiere ich mich nach oben dazwischen kann letztendlich erstmal rumfummeln wie er möchte hätte ich jetzt aber nicht unbedingt so lust den dann zu handeln ja aber interessant wäre es für mich unten raus was er dann aber nicht bringen darf sind hier unten stark grüne fette stundenkerzen rein zu pressen da kriegt er direkt ihr konterpotenzial nach oben raus und hier oben in der zone über 94 würde ich auch keine langen roten stundenkerzen sehen solange der grüne stundenkerzen schiebt kann man sogar in der aktiven bewegung noch long suchen das wäre gar nicht mal verboten genauso wie man hier unten auch short suchen kann in der aktiven bewegung solange er eben auf roten kerzen durch schiebt aber wenn er anfängt zu kontert weil es ist einfach donnerstag das macht der donnerstag sehr sehr oft dieses hin und her es gibt auch möglichkeiten runway durchzuschlagen aber oft ist es einfach dieses hin und her und das ist indikativ wirklich gut erkennbar an den stundenkerzen also immer wieder donnerstag dass man hinterher dann sagt mensch alter die erste rote stundenkerze und dann kamen noch fünf hinterher hättest du es mal gehandelt ja oder auch mit der grüne ganz 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 oft so dass die leute hinterher dann dastehen obwohl ich das vorher gesagt habe und dann sagen dann hätte ich es nur mal gemacht deswegen passt einfach auf guckt wie die kerzen kommen habt immer mal ein blicken bisschen auf die auf den stundenchart um das einfach einzugrenzen und ansonsten kann man es wirklich so nehmen wie es ist unter 3 65 hat er platz bis 300 bis 2 70 und auch unter bis 150 und oben drüber über 490 kann er uns weiterlaufen in die 55 rein in die 6 30 rein in die 57 rein alles schöne zonen alles schöne marken alles erreichbar na muss bloß bedienen und vorlegen jetzt hier und ich finde er hat sich nicht gut nicht schlecht gestarken ich würde ihm auch durchaus oberhalb von 490 einen lang schenken wollen also ich würde ihm geld für geben wollen ja wenn er raus läuft so rein von dem eindruck also wenn wir auch so im wochenverlauf überlegen was wollte man sehen dienstag haben gesagt naja das langsam ein bisschen dünn jetzt muss er aufpassen dass er nicht noch vom tief hochgekauft wird sonst kriegen die käufer wieder bock und ziehen bis neues verlauf so hoch dann kam das neue tief dann haben sind hochgezogen jetzt haben sind oben gehalten jetzt fehlt eigentlich nur noch das neue verlauf so hoch und da wäre für mich einfach der trigger die 490 wenn die überwunden wird dass er dann raus geht ja also in dem sinne lassen wir das so stehen wie es ist finde ich gut können wir so reingehen in den donnerstag und dann drücke ich euch die daumen viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns ist schon ja am freitag einmal hermonster ne warte mal doch donnerstag dann kommt es noch eine analyse für den freitag und dann gibt es das wochenende weil ich wollte jetzt sagen am wochenende webinar müssen wir ein bisschen sind noch nicht so ganz klar wie wir es machen ein bisschen gucken wir wären es wahrscheinlich erst am sonntag abend nachmittag machen können aber da gibt es noch mal eine genauere informationen dann für diejenigen die das ohnehin betrifft das betrifft ja nicht alle richter von uns dann noch mal so okay gut aber wir haben ja morgen noch ein tag von daher gucken wir uns erstmal den donnerstag an ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen bis morgen tschüss